Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um mein Fazit. Mein Fazit nach einem Jahr mit dem Fuji X-System. Ich habe mir jetzt vor gut einem Jahr meine erste Fuji Kamera gekauft, in der Folge dann noch zwei weitere. Und habe auch im letzten Jahr überwiegend mit dem Fuji X-System fotografiert und auch letztendlich sogar kommerziell gefilmt. Und was sind jetzt meine Eindrücke, was sind meine Erfahrungen, die möchte ich euch heute einfach mal mitgeben. Und gerade wenn es um das Fotografieren geht, war ich wirklich unter sehr unterschiedlichen Bedingungen fotografisch unterwegs. Ich habe fotografiert mit der überwiegend mit der Fuji X-S4 und auch mit der Fuji X-S3 im Hochgebirge. Ich war letztes Jahr drei Wochen bei jedem Wetter mit den beiden Kameras draußen und habe sie wirklich auch sogar bei strömendem Regen benutzt. Ich war mit den Kameras auf Norderney. Ich war mit den Kameras in Lappland bei minus 15, minus 20 Grad. Und ich war mit den Kameras zuletzt auf Reisen. Und zwar klassische Reisefotografie. Ich war mit den Kameras in Paris. Ich war mit den Kameras in Venedig. Und ich war mit den Kameras in Lissabon. Zu Lissabon noch ein Hinweis für die Fotoreise nach Lissabon. Wirklich für mich die vielseitigste der Städte. Noch vielseitiger als Paris und noch vielseitiger als Venedig sind noch Plätze frei. Deswegen ganz kurz der Werbeblock. Fangen wir aber doch ganz kurz nochmal vorne an. Warum habe ich mir überhaupt eine oder letztendlich die Fuji Kameras gekauft? Wie bin ich überhaupt zum Fuji X-System gekommen? Und letztendlich ist der Grund Corona. Ich habe auch durch Corona bin ich natürlich wie viele von euch, wie viele andere überhaupt nicht weggekommen zum Reisen dahin, wo ich eigentlich hinreisen wollte, auch zum Fotografieren. Und dementsprechend habe ich auch fast nicht mehr fotografiert. Und da war dann die Überlegung, was kann ich denn in meiner unmittelbaren Umgebung auch Interessantes fotografieren? Da bin ich dann auf die Street-Fotografie gekommen und in Verbindung mit der Street-Fotografie und der Suche nach einer bestmöglichen oder nach der bestmöglichen Kamera, nach meiner Einschätzung für die Street-Fotografie, ist dann die Fuji X-E4 dabei rausgekommen. Das war also mein Einstieg ins Fuji X-System. Corona ist schuld, dass ich mit dem Fotografieren mit Fuji angefangen habe. Und dann kam noch die X-E3 dazu. Die kam sogar zuerst, ganz einfach, weil ich die Fuji X-E4 zu einem sehr frühen Zeitpunkt bestellt hatte. Die war noch nicht ausgeliefert. Und damit ich dann aber auch schon mal anfangen konnte, habe ich mir dann vorher für ein sehr kleines Geld die Fuji X-E3 gekauft. Habe also jetzt für die Street-Fotografie zwei Kameras, die X-E3 und die X-E4. Und dann habe ich mir im Herbst des letzten Jahres aufgrund meiner bis dato gewonnenen Erfahrungen mit dem Fuji X-System noch die X-T3 gekauft. Das war eine Entscheidung für die X-T3 und keine gegen die X-T4. Wie gesagt, in der Infocard auch da meine Begründung, warum die X-T3 und nicht die X-T4. Und die habe ich mir gekauft, weil sie einfach für mich auch im Hinblick auf Fotografie die kleineren Fuji X-Kameras sehr gut ergänzt. Wenn es eben nicht nur Street-Fotografie sein soll, ist es dann schon ein bisschen ergonomischer, weil sie größer ist, weil sie mehr Möglichkeiten bietet, auch was das Fotografieren angeht. Insbesondere auch ein sehr schöner Aspekt, die Möglichkeit, das Display nicht nur horizontal hoch zu klappen, sondern auch vertikal zu klappen und damit dann auch bodennah zu fotografieren. Sofern es natürlich die Lichtverhältnisse für das Display zulassen. Das war dann einer der Gründe, mich dann ergänzend noch für die Fuji X-T3 zu erwärmen, mir die dann letztendlich zu kaufen. Also jetzt habe ich inzwischen drei Fuji X-Kameras und wie schon eben angesprochen, war ich mit denen sehr viel zum Fotografieren, aber auch zum Teil zum Filmen schon unterwegs. Und dementsprechend geht es also, wie gesagt, um meine Erfahrungen. Also der Beginn war Corona. Wenn es um Kameras geht, ganz egal, um Fotokameras oder um Videokameras oder natürlich im Idealfall Kameras, die beides können, also Hybridkameras, geht es für mich darum, dass die Kameras, und das ist das Wichtigste überhaupt, überhaupt erstmal ihren Job erledigen müssen. Und also geht es für mich im Wesentlichen, im ersten Schritt, und das ist der wichtigste Aspekt für mich, geht es um die Kameratechnik, die technischen Spezifikationen, die eine Kamera hat, anhand derer ich entscheiden kann, ist dieses System, ist diese Kamera für das, wofür ich sie nutzen möchte, nutzen muss, geeignet. Und wie angesprochen, Street-Fotografie, da kam die X-E4 für mich relativ schnell in Frage oder kristallisierte sich relativ schnell heraus. Und generell, in Verbindung mit dem Einstieg in das Fuji X-System, kam noch ein ergänzender Aspekt, den ich vorher gar nicht so auf dem Radar hatte, ins Spiel. Denn durch den kleineren Sensor, durch das APS-C-System, ist das Fuji-System kleiner, leichter und kompakter. Ich hatte wirklich zum Schluss Schwierigkeiten, gerade auch wenn es um Foto und um Video ging, gerade auf Reisen mit meinem Vollformat, in dem Fall bei mir Nikon, es gilt aber auch für andere Vollformat-Systeme, mit meinem Vollformat-System, das alles so einfach und so praktisch durch die Gegend zu transportieren, wie ich das gerne wollte. Gerade wenn es darum geht, mit der Bahn zu reisen und man auch ein begrenztes Volumen hat, weil man das möglicherweise alles in einem Fotorucksack transportieren muss. Und noch mehr für natürlich bei Flugreisen, wo es auch möglich sein muss, im Idealfall den Fotorucksack oder die Fototasche, was immer man da auch nimmt, dann auch im Flugzeug in der Kabine zu transportieren. Und da fällt es natürlich deutlich leichter, mit dem kleineren Kamerasystem das alles zu bewerkstelligen. Letztendlich bin ich dann sogar im letzten Jahr auf den Reisen, wo das Fuji X-System dabei war, tatsächlich mit drei Kameras unterwegs gewesen. An jeder Kamera war ein Objektiv und das war wirklich letztendlich sehr praktisch. Und am Anfang stand ja für mich die X-E4 und dann kam nachher noch die X-T3 dazu und ich habe dann festgestellt, für die Jobs, gerade auf Reisen, die es zu erledigen gilt. Oder auch, ich sage mal, die Sachen, die ich gerne fotografieren möchte und wie ich sie gerne fotografieren möchte, hat sich für mich diese Kombination aus den beiden Kameras als perfekte, ideale Kombination herausgestellt. Die X-E4 ist die kleine, leichte, gerade auch für die Street-Fotografie und die gerade fürs Vlogging es mir möglich macht, nicht noch einen externen Recorder mitzunehmen, weil ich das Nötige sehe, wenn ich selber vor der Kamera sitze. Einfach, um mich dann eben auch im Bild beurteilen zu können. Sitze ich an der richtigen Stelle, ist die Kamera richtig ausgerichtet, ähnliche Dinge. Und wenn es ums Fotografieren geht, wenn es nicht gerade Street sein muss, ich habe es gerade schon gezeigt, ist die Fuji X-T3 die bessere. Sie ist ein bisschen größer, sie ist deutlich ergonomischer von der Bedienung her. Und ich kann sie nicht nur in dieser Form nutzen, wenn ich also bodennah fotografiere, sondern sie hat auch dieses schöne Club-Display, das man auch vertikal hochstellen kann. Also in der Verbindung auf Reisen für Video und für Foto war dann für mich letztendlich das eigentlich eine sehr gute Kombination, die sich letztendlich auch als sehr effiziente und sehr praktikable Kombi herausgestellt hat. Jede Kamera hat ihre Vorteile, jede Kamera hat für das ein oder andere ihre Schwächen und in der Kombination haben sich beide Kameras für mich auf Reisen bisher sehr gut ergänzt. Kommen wir zu den Dingen, die mir am Fuji X-System respektive an den Kameras, die ich habe und die ich bisher genutzt habe, sehr gut gefallen. Das Technische ist natürlich das eine, wie schon angesprochen, für mich der vordergründigste und wichtigste Aspekt, aber danach kommt ja noch ein bisschen mehr. Man muss so eine Kamera natürlich auch gut und gerne bedienen können, damit sie einem nicht im Weg ist beim Fotografieren, damit das, was man damit tut, möglichst intuitiv passieren kann. Natürlich für jedes neue Kamerasystem braucht es eine gewisse Eingewöhnung, da ging es mir natürlich mit den Fuji Kameras ganz genauso. Ich war jetzt bisher an die Lumix Micro Four Thirds Kameras gewöhnt und natürlich seit über 20 Jahren an das Nikon Vollformat System, nicht immer Vollformat, aber an das Nikon System, Spiegelreflex und jetzt seit einigen Jahren auch an die spiegellosen Kameras. Und dementsprechend muss man sich wieder neu eingewöhnen. Jede Kamera, jedes Kamerabedienkonzept ist ein bisschen anders, aber das ging für mich relativ schnell. Für mich persönlich ist das Bedienkonzept der Fuji Kameras wirklich sehr gut gelöst. Das ist sehr intuitiv. Die Menüstruktur, an der habe ich mich sofort weitestgehend sehr gut zurechtgefunden. Jedes Kamerasystem, das ich bisher benutzt habe, hat natürlich da aus persönlicher Sicht Stärken und Schwächen. Es gibt immer Begrifflichkeiten, die man sucht, die man nicht findet oder dann scrollt man doch wieder das dritte, vierte Mal durchs Menü, weil man es dann doch wieder nicht gesehen hat. Und das ist mir bisher bei jedem Kamerasystem so gegangen. Aber die wesentliche Bedienung, das was ich suche, das was ich bedienen möchte, das was ich nutzen möchte, was ich um- oder einstellen möchte, das ist mir bei dem Fuji X-System, bei der Menüstruktur, wenn ich die Kamera also im Wesentlichen einstelle, über das Display, sehr gut gelungen. Ich habe mich da sehr schnell sehr gut aufgehoben und zu Hause gefühlt. Selbst bei der kleinen X-E4, die nun wirklich sehr reduziert ist, auch in ihren Bedienelementen, da ist nicht mehr viel. Selbst bei der X-E4 hat man gegenüber ihrem Vorgänger, der X-E3, das vordere, nee das hintere, daumenbezogene Einstellrad eingespart. Und trotzdem ist es Fuji gelungen, das alles so zu lösen, dass es keine Einschränkungen bei den Bedienmöglichkeiten gibt. Im Übrigen, der Retro-Style, der von vielen gelobt wird, das ist sicherlich nett, finde ich für mich persönlich überhaupt nicht wichtig. Ich würde da auch ganz gut, ganz gut ohne diese ganzen Räder klarkommen. Aber das ist natürlich auch da unverändert eine rein persönliche Sache. Für mich muss es kein Retro-Style sein. Er ist es nur, auch daran habe ich mich schnell gewöhnen können. Aber das ist mir persönlich ganz egal und das war für mich nicht das entscheidende Kriterium. Eines der entscheidenden Kriterien bei einer Kamera oder beim Kamerasystem ist natürlich die Bildqualität. Bekommt man wirklich schöne scharfe Fotos, so wie man sie gerne machen möchte, oder gelingt es einem eher weniger? Und das ist auch bei dem Fuji-System etwas, was mir sofort aufgefallen ist. Die Bilder sind wirklich gestochen scharf. Ich finde sogar, sie sind fast noch schärfer als aus meinem bestehenden Vollformat-System. Wenn ihr mit Lightroom arbeitet, kennt ihr das. Die Standardschärfung von Lightroom liegt bei einem Wert von 40, mit dem kommt man in der Regel nicht hin. Da geht man je nach System, mit dem man arbeitet, je nach Sensor, der in der Kamera verbaut ist, geht man auf einen Wert von 60, 70, 80, vielleicht sogar manchmal 90. Und bei dem Fuji-System stelle ich sehr oft fest, mehr als 40 Schärfen brauche ich fast gar nicht. Also die Standardschärfung von Lightroom reicht eigentlich schon. Also die Aufnahme, die Bildqualität im Hinblick auf die Schärfe beim Fuji-System finde ich ausgesprochen gelungen und gefällt mir ausgesprochen gut. Selbst solche Linsen, die ich ja fast nicht kaufen würde, mir dann aber für das Fuji-System noch gekauft habe. Na, ich sage mal, fast so eine Plastiklinse, die also einen extremen Auszug hat, wie das 55-200er Zoom-Objektiv von Fuji. Das ist wirklich von vorne 55 Millimeter bis hinten 200 Millimeter knackerscharf. Das hat mich wirklich überrascht. Dieses Objektiv hat keine optische Schwäche, keine, die mir aufgefallen wäre. Und dann auch noch für eine sehr kompakte Größe und für vergleichsweise für den Brennweitenbereich vom Originalhersteller, also kein Fremdobjektiv, für einen vergleichsweise sehr schmalen Geldbeutel. Also, was die Bildqualität angeht, hat mich Fuji tatsächlich überrascht. Damit hatte ich am Anfang oder bevor ich mich dann mit den ersten Bildern der Fuji-Kameras beschäftigt habe oder beschäftigen konnte, definitiv nicht gerechnet. Der APS-C-Sensor hat einen geringeren Dynamikumfang als mein Vollformat-System. Im Vergleich zu meiner Nikon Z7 II, die jetzt auch noch ein bisschen aktueller ist als zumindest die X-T3 oder natürlich der gleiche, der Sensor, der hier in der X-E4 ist, ist der gleiche, ist also noch ein bisschen aktueller. Aber auch Vollformat kann da sicherlich ein bisschen mehr Dynamikumfang liefern. Und wenn wir uns jetzt mal die Vergleichsgrafik angucken, liegt der Unterschied bei gut einem Lichtwert. Das kann in manchen Situationen durchaus den entscheidenden Unterschied machen. Ich muss aber sagen, jetzt im letzten Jahr mit dem Fuji X-System ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass mir ein Lichtwert oder gut ein Lichtwert gegenüber meinen bisherig verwendeten Kameras fehlt. Ich hatte bisher keine fotografische Situation, wo mich das für irgendein Problem gestellt hätte. Generell ist es ja so, wenn man alleine auf die Bildqualität guckt, sollte man sowieso sich eine Mittelformat-Kamera kaufen. Die bestmögliche Qualität bekommt man auch heute noch mit einer Mittelformat-Kamera. Wäre vielleicht der Weg zu einer Phase-One-Kamera oder zum GFX-System von Fuji vielleicht dann fast der bessere gewesen, wenn man alleine auf die Bildqualität guckt. Aber so ein Kamerakauf, so eine Kamerverwendung ist ja immer auch ein Kompromiss zwischen der Bildqualität und den anderen Faktoren, die ich schon angesprochen habe. Also Größe, Größe, Gewicht, Preis. Letztendlich macht natürlich auch noch was aus. Und in der Summe des Kompromisses beim Fuji X-System muss ich sagen, ist das einer der besten Kompromisse, den ich jemals beim Kauf oder beim Einstieg in ein Kamerasystem gegangen bin. Wenn ich mir eine Kamera kaufe oder in dem Fall sogar in ein neues Kamerasystem einsteige, ist für mich das Thema Video gleichermaßen wichtig. Bei mir geht es immer auch seit Jahren darum, kann ich mit der Kamera nicht nur fotografieren, sondern kann ich mit der Kamera auch möglichst gut und möglichst flexibel filmen. Und dementsprechend war das dann, nachdem ich mir die X-E4 zunächst mal erstmal nur für die Street-Fotografie gekauft habe, aber dann mich weitergehend ja mit dem Fuji X-System beschäftigt habe und dann mir ergänzend auch für das Thema Video die X-T3 gekauft habe, war für mich natürlich dann im Vorfeld die Frage, geht denn das mit dem Fuji X-System? Und da muss ich sagen, das Fuji X-System ist das sicherlich das System mit dem größten Video-Understatement. Das ist etwas, was Fuji erstaunlicherweise, zumindest in meiner Wahrnehmung, überhaupt nicht herausgestellt hat bisher bei seinen Kameras. Die Kameras können irgendwie auch Video, aber selbst Fuji fokussiert das Thema Fotografie fast ausschließlich. Gucken wir uns auf der Fuji-Seite die Fuji Ambassadors an. Das sind, wenn ich das richtig gesehen habe, alles Fotografen und Fotografinnen und dann auch noch überwiegend alles Fotografen und Fotografinnen in Hinblick auf das Genre Street-Fotografie, People-Fotografie. Landschaftsfotografie und andere Genres, Architekturfotografie, taucht da in schaunlicher Weise gar nicht auf. Warum das Fuji so macht, weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, Fuji stellt in Verbindung mit seinen Kameras Fotografie ganz klar in den Vordergrund. Und könnte man jetzt meinen, Video ist bei Fuji eigentlich etwas, das sollte man sich gar nicht genauer angucken, das kann man gar nicht großartig nutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Bei der weitergehenden Beschäftigung und vor dem Erwerb der X-T3, und ich habe mir natürlich auch die X-T4 angeguckt, habe ich festgestellt, dass die Kameras ein sehr, sehr großes Videopotenzial haben. Und ich habe sogar festgestellt, dass sie ein mehr Potenzial haben, mehr Möglichkeiten, als das mit meinem aktuellen Vollformatsystem möglich ist. Zumindest mit den Kameras, die ich aktuell habe. Ich habe sogar in der Fuji X-T3, habe ich F-Log, ist per se mitgeliefert. Also dieses flache Profil, mit dem man später im Color Grading deutlich mehr Möglichkeiten hat. Ich kann sogar mit 10-Bit intern filmen. Ich habe All-Intra als Format, sodass also die Komprimierung vergleichsweise gering ist und ich damit auch dann wesentlich besser schneiden kann. Das Graden mit F-Log mit 10-Bit ist natürlich wesentlich weitreichender möglich, als ich das mit einem komprimierten MP4 oder MP25, 265er Format habe. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch mit den Fuji X-Kameras. Und deswegen habe ich tatsächlich die letzten beiden kommerziellen Projekte mit meiner Fuji X-T3 gefilmt. Weil ich da flexibler unterwegs sein konnte bei dem, was und wie ich es filmen wollte, beziehungsweise musste, als mit meinem Vollformatsystem. Also auch das Thema Video ist bei Fuji durchaus etwas, was mir sehr gut gefällt. Das Kamerasystem, das einem Fotografen zu 100% gefällt, muss glaube ich noch erfunden werden. Außer diese sogenannten Fanboys oder meinetwegen auch Fangirls, die grundsätzlich alles toll finden, was bei ihrem Kamerasystem, was sie sich mal gekauft haben, was es da gibt. Die also nichts auf das System kommen lassen, da gibt es einfach nichts Negatives. Das Kamerasystem gibt es für mich nicht. Für mich hat jedes Kamerasystem auch die eine oder andere Schwäche. Manche sind rein persönlich, manche sind vielleicht ein bisschen objektiver. Aber die Schwächen, die ich festgestellt habe beim Fuji X-System, die mir als Schwächen, als Nachteil, als Verbesserungswürdig aufgefallen sind, sind folgende. Mir ist es sehr oft gegangen und mir geht es heute noch so, dass ich sehr oft versehentlich den einen Ausschalter eingeschaltet habe. Und beim Ablegen der Kamera in den Fotorucksack oder in die Fototasche eigentlich war er aus, da dann wieder dagegen gekommen bin, weil er liegt auch sehr schön an der richtigen Stelle, sodass man sofort da hinkommt. Weil er eigentlich gerade auch bei der X-T3 mit dem Auslöser verbunden ist, wie das bei vielen Kameras so gelöst ist. Und ich habe es sehr oft gehabt, dass ich die Kamera beim Ablegen versehentlich wieder eingeschaltet habe. Holt sie dann nach längerer Zeit aus der Kameratasche, aus dem Fotorucksack raus. Akku ist leer, muss ich erstmal den Akku wechseln. Das finde ich, Entschuldigung, ich bin momentan ein bisschen erkältet, deswegen ein kleines Problem mit der Stimme heute. Und dementsprechend, das könnte man etwas besser lösen, dass man diesen Schalter nicht so leichtgängig macht oder vielleicht das Ein-Ausschalten auf eine ganz andere Stelle liegt. Ich glaube, es gibt eine Canon, ja genau, ich glaube die Canon, die neuen Canon Kameras, die R5 und die R6, die haben einen separaten Ein-Ausschalter, liegt an einer ganz anderen Stelle, ist vollkommen enthoben von dem Rest der Bedienelemente, die man sonst so mehr oder weniger zwischen Zeigefinger und Daumen hat. Also das ist deutlich besser gelöst. Also bei den Fuji Kameras, das Ein-Ausschalten oder der Ein-Ausschalter ist mir zu leichtgängig. Das gleiche gilt auch für die Blendenringe. Auch die sind mir zu leichtgängig. Da hätte ich gerne mehr Widerstand, würde ich mir mehr Widerstand wünschen. Natürlich kann man den Blendenring komplett wegnehmen aus der Bedienung, dann kann man das auf die Räder legen. Aber auch die sind sehr leichtgängig, sodass mir auch da sehr oft passiert, weil wenn ich die Kamera trage, habe ich dann einfach den Zeigefinger, meistens auch auf dem vorderen Rad. Das ist für mich das Rad, was ich mir auch immer für die Belichtungszeit einstelle, dass ich dann sehr oft dann doch die Belichtungszeit verstellt hatte. Und dann doch wieder nachjustieren musste. Gerade bei der Street-Fotografie ist das durchaus ein bisschen hinderlich, weil man dann doch nochmal jedes Mal vorher kontrollieren muss, ist die Kamera so eingestellt, wie ich sie eigentlich eingestellt haben will. Das gleiche auch gerade bei der X-E4 für die Street-Fotografie. Das Belichtungskorrekturrad ist auch für mich zu leichtgängig. Das habe ich sehr, sehr oft, weil ich gerade bei der Street-Fotografie mit dieser fast hundertprozentigen Automatik fotografiere, dass ich dann die Belichtungszeit nicht so habe, wie ich sie gerne haben will. Entweder ist sie zu hell oder sie ist zu dunkel, weil ich dann sehr oft versehentlich an diesem Rad irgendetwas in die falsche Richtung verstellt habe. Nochmal das Thema Video, wenngleich das, was ich jetzt sage, gilt für die meisten anderen Kamerasysteme auch, insbesondere auch das Vollformatsystem, das ich nutze, also die Nikon Kameras. Was ich sehr schade finde, ist, dass man so eine ganze Reihe von sehr videospezifischen, videotypischen, für einen Videofilmer nützlichen Eigenschaften nicht, auch nicht in der X-T3 und auch nicht in der X-T4 verfügbar hat. Dazu gehört das Waveform-Histogramm, das wesentlich intuitiver und wesentlich besser ist als ein klassisches Luminanz-Histogramm. Das lässt sich nicht aufrufen, weil es das leider nicht gibt, zumindest nicht in den aktuellen Kameras. Vielleicht kommt ja mit der angekündigten X-H2, kommt ja in der Richtung eine Verbesserung. Es gibt keine Möglichkeit, die Kamera nach der 180-Grad-Regel einzustellen, sodass man sich selber nicht mehr um die Bildwiederholrate, um die richtige kümmern muss. Dass die Kamera das automatisch entsprechend schaltet, gilt auch für die Kameras, die ich ansonsten aktuell noch im Einsatz habe. Und was auch sehr schade ist, ist dieses 30-Minuten-Limit. Sowohl die X-T3 als auch die X-T4 und ich glaube auch die X-T4 haben ein 30-Minuten-Limit, sodass man nicht länger als 30 Minuten am Stück mit der Kamera filmen kann. In den meisten Fällen ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich ein Videoprojekt mache, habe ich keine Takes, die 30 Minuten sind. Die sind meistens ein paar Sekunden, eine halbe Minute oder ein oder zwei Minuten. Aber gerade bei einer Situation wie jetzt, wo ich länger vor der Kamera sitze und wenn ich dann erkältet bin, so wie heute, und dann vielleicht auch nochmal neu ansetzen muss, dann kann es dann schon mal 30 Minuten oder länger dauern. Da kann man dann in der Kamera nicht so lange filmen. Da hat man dann also eine automatische Unterbrechung. Ich hebe das Problem natürlich jetzt auf über einen Videorecorder, der jetzt generell aufzeichnet. Da gibt es dann die Beschränkung nicht. Aber auch das wäre etwas, was sicherlich für viele wünschenswert wäre, dass man nämlich gar keinen Videorecorder mitnehmen kann. Gerade bei dem sehr großen Potenzial der internen Kameraaufzeichnung, auch der X-T3, auch der X-T4 und sogar der X-E4, die da auch sehr viele Möglichkeiten mitbringt, dass man dann länger als 30 Minuten filmen könnte. Oder meinetwegen auch bei einem Firmware-Upgrade, das meinetwegen vielleicht sogar kostenpflichtig ist, dass man das zuschalten könnte. Das wären also so Dinge, die würde ich mir im Speziellen auch für Video noch wünschen. Mein Fazit nach meinem ersten Jahr mit dem Fuji X-System, der X-E3, der X-E4 und auch der X-T3. Mir persönlich kommt das Fuji X-System sehr entgegen bei dem, wie ich arbeite, wie ich fotografiere, was ich fotografiere und auch wie ich es fotografiere. Bei den Genres, die ich bediene, im Speziellen bei der Fotografie, Street-Fotografie, Architekturfotografie, Landschaftsfotografie und auch die Reisefotografie, bin ich mit dem Fuji X-System sehr gut unterwegs. Ich hatte es ganz am Anfang angesprochen. Es ist für mich eigentlich das ideale System, insbesondere auch für das Fotografieren und auch Filmen auf Reisen, weil es auch noch ergänzend neben der hervorragenden Bildqualität leichter, kompakter, kleiner und letztendlich sogar auch kostengünstiger ist als so manches Vollformat-System. Ich kann mit dem Fuji X-System alles machen, was ich damit machen möchte. Und deswegen bin ich absolut sicher, dass ich mit dem Fuji X-System noch mindestens ein weiteres Jahr, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Jahre unterwegs sein werde, um zu fotografieren und um zu filmen.